So, 100%. Wunderbar, Ungarn gehört ab sofort zu uns. Wow. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Ich kaufe ein R für Prinz Ludolf. Meine Güte. Lass ihm doch seinen Namen, Mensch. Der arme Kerl. Oh, du kannst dir mal die 1000 noch holen. Weil die jetzt zu uns rüber laufen zum Plündern. So, ihr geht mal hier hoch, damit die wieder in Stellung sind für Deutschland. Wenn es futzt, will ich nicht erben mit meinem Namen. Der kommt dann ja nicht mehr. Der Erbe kommt ja nicht mehr zum Zug dann. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf das Event, damit wir englisch werden. Und das war es dann eigentlich mit dem Run. Das hier ist alles Bonus, was ich momentan mache. So, das ist unser Höfling. Mal schauen, was hier noch drin ist. Scheichtum von Ciancara. Königreich Thrakien. Jetzt passen wir auf Scheichtum. Hier unten. Königreich Thrakien ist viel zu weit hier drüben. Ist das das hier unten? Hast du dir das auch nochmal durchgelesen mit dem Englisch-Event? Ja, genau. Also, du warst ja vorher noch nicht da. Ich habe mir jetzt hier oben, habe einen Titel entzogen hier oben und habe mir eine angelsächsische Domäne noch geholt, weil ich das auch so verstanden habe, dass wir zum einen nur mannisch sein müssen und zum anderen eine angelsächsische Domäne besitzen müssen. Und das hat bei mir bisher immer noch gefehlt und ich habe nochmal zurückgesetzt auf 1099 oder 98 und habe mir vorab noch hier diese Provinz geschnappt. Da war er zwar sauer, weil ich ihm die einfach genommen habe, aber hey, ich bin der Kaiser. Was will er da schon dagegen tun? So, wie ist die Meinungslage hier aktuell im Reich? Will noch jemand Geld von mir haben? Alle haben bereits Geld bekommen. Wer nicht will, der hat schon. So, wir sind wieder ein bisschen über dem Basall-Limit. Mache ich jetzt nicht lang rum. Das passt schon. Der wollte mit 50.000 Mann kommt nicht. Vielleicht mal maximal zu 10.000. Wir werden jetzt gleich unsterblich. So sieht es aus. Ich bin da vollkommen optimistisch. Mich nervt auch ein bisschen, dass der große Schriftzug hier drüben ist und nicht hier quer über den Bildschirm geht. Wir müssen mal ein bisschen im Auge behalten, ob er irgendwie vielleicht mal stirbt oder so. Ah, da ist sie schon. Ist das... Ne, das ist unser Kanzler. Ah, Mystikerin. Okay, wir lassen die Frau mal ausreden. Bitte, bitte. Lass es gut werden. Wenn wir sterben, spielen wir mit Frodo dem Wahnsinnigen weiter. Der nicht wirklich gute Punkte hat hier. Da müssen wir mit Frodo gleich in die Bildung gehen. Er ist nur mannisch, er ist katholisch. Das passt auch. Unsere Frau will immer noch nicht konvertiert werden. Nein. Wahre Gläubige immer noch. Ist die schon angekommen? Meinst du? Boah, soll ich die jetzt raussuchen? Die soll sich doch bei mir am Hof vorstellen. E-Tun heißt sie. Da ist sie. Acht Bildungspunkte ist schon mal nicht schlecht. Treuherzig, wohltätig, lüstern, gesellig. Das sieht doch eigentlich und attraktiv auch noch. Wobei man über diesen Trade streiten kann. Also es sieht doch ganz gut aus eigentlich, oder? Bildung, graue Eminenz und Mystiker. Basis 4. Oder muss die Basis irgendwie über 5 oder 6 sein? Na gut, wir machen das einfach mal. Hallo Bierstübel. So, weitere Zutaten. Wir sollen auf Reise gehen. Eine interessante Begegnung. Ich werde eure Lehren annehmen, Idun. Das ewige Leben ist mein. Das ist richtig. Machen wir. Das Heilige Römisch Reich existiert nicht mehr. Es gibt nur noch Deutschland. Also ich werde die Lehren mal annehmen. Wir verlieren religiöse Eifer. Und wir verlieren Sympathie für heidnische Religion. Das ist natürlich schade. Ne, noch nicht ganz. Leider noch nicht ganz. Ein kleiner Teil wehrt sich mit Händen und Füßen. Leider. Aber wir knabbern immer mal wieder ein bisschen was weg. Und über kurz oder lang ist er weg. Es sei denn, wir werden vorher Englisch. Dann ist der Run ja auch vorbei. Okay, also wir machen das mal. Das Leben ist mein, das ewige. Ein kleines Dorf voller Verrückter. Ja, ganz komisch. So, Zutaten sammeln. Wir werden in den Hügeln Kräuter sammeln. Ne, wir gehen jetzt nur kurz mal zum Einkaufen jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit, irgendwelche Kräuter zu suchen, während wir unsterblich werden. Ich habe halt keinen Anspruch jetzt hier auf Deutschland. Deswegen kann ich mir das auch nicht holen. Das ist ja nicht so wie in EU4. So, wir könnten ein bisschen was lesen. Was ist denn das? Die sagen germanischer Glaube. Ne, Quatsch. Brauchen wir nicht. Erzzunehmende Bedenken. Eines Abends sucht euch Prinz Frodo nach dem Abendessen auf. Es beginnt eine Unterhaltung über den Zustand des Handels im Reich. Er fürchtet um unser Leben wegen der Idon. Eher der wahnsinnige Prinz Frodo. Schau, ob er eins der drei Teile hat. Tollfuß. Also er hat geduldig, fleißig, zynisch, bescheiden, zufrieden, wohltätig, luis und wahnsinnig. Also er hat eigentlich nichts. Heißt das, er sagt die Wahrheit. Ich will es ihm nicht glauben. Was meinst du denn mit ohne Test? Ohne Test? Clean Arrow. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Achso, wir sollen ihn nicht prüfen lassen. Das heißt, wir nehmen seine Sorgen nicht ernst. Und hier würde er Nachforschungen anstellen dann. Ah, okay. Passt. Wir sind alle wahnsinnig irgendwie in meinem Reich. Ich verstehe nicht, wieso. Als wäre das irgendwie eine Plage. So, wir haben ein paar Zutaten gefunden in unser überfülltes Inventar hier mittlerweile. König, Wasser und Gold. Okay. Was ist denn das hier oben jetzt? Wir haben immer noch die Krone ausgerüstet. Das passt. Haube von Tokay Yingling. Qualität 2. Ist schlechter. Nur gut. Lasst die Mystikerin kommen. Oh, 397 Gold. Wunderbar. Wie sieht es eigentlich aus mit unserem königlichen Palast? Der ist schon fast vor Vollendung. Wunderbar. Es wird aber auch Zeitmensch. Einige Vorhaut, ja. Ich habe mein Fasten mit Wein und Wachteln gebrochen. Wir verlieren gemäßigt. Die Gefährten der Lichtung. Eine Geschichte über eine versteckte Lichtung. Uralter Apfelbaum. Tapfere Krieger sammeln, um sie zu unterstützen, äh, um uns zu unterstützen. Lasst es an nichts fehlen. 739 Gold. Okay. Wir laden Krieger aus unserem gesamten Reich ein. Wir werden jetzt unsterblich. Ich habe es hier hinten kitzelt. Hier hinten kitzelt. Das heißt, wir schaffen das. Wieso soll ich sie dann einsperren? Dann heirate ich die Idun. Wenn ich unsterblich wäre, heirate ich die Idun. Wieso soll ich die Idun einsperren und umbringen, wenn sie mir die, wenn sie mir die, äh, Unsterblichkeit bringt? Eine beschwingte Zusammenkunft. Okay, Krieger sind gekommen. Wir sind ein bisschen nervös bei der Ansprache. Mehr Wein, mehr Wein für alle. Wir erhalten gesellig. Und ihr habt die erste Quest von Idun mit Erfolg abgeschlossen. Fantastisch. Aber so weit war ich auch schon mal, also. Das sagt leider noch gar nichts. Du musst auch einen Unsterblichen töten. Oh, ist die unsterblich, die Dame? Hat die den Trade dann auch? Idun. Aber die hat kein Trade für unsterblich, oder? Ah, okay. Wenn ich unsterblich werde, dann sehe ich das. Okay. Ein Aufstand mischt sich unter unsere Unsterblichkeit. In irgendeiner unbedeutenden Provinz. Und vielleicht? Ach, hier oben. Wow, 6000 gleich. Das ist ja toll. Müssen wir jetzt hier hoch latschen. Wir nehmen mal die 7200. Und marschieren mit euch nach Norden. Aber bis wir hier oben ankommen. Der Abdul Hassan mit 72 ist er gestorben. Hat aber noch ein gutes Gesicht für 72 Jahre alt. Mit einem Röcheln ist er verreckt. Mein Charakter starb immer bei der Leben- und Tod-Quest. Der Donny ist wieder da. Und dann kann ich noch aufs Highlander-Event warten. Da bin ich ja gespannt. Ah, es wäre so schön. Es wäre so... Du wolltest doch gerade gehen irgendwie, habe ich gelesen. Hast du Abend gegessen? Wahrscheinlich. Ich brauche deine Tipps. Wer soll heiraten? Die Prinzessin Traudl von Britannien mit Ipa. Nee, die Traudl heiratet dich nicht. Hey, Dietzel. Und Dankeschön für den Sub. Drei Monate. Dankeschön. Ich komme hier lauter Verlöbnis-Anfragen. Was ist denn? Die Traudl ist schon im heiratsfähigen Alter, ne? Oh Gott, oh Gott. Was ist die krank? Klumpphysik, ungehobelt, muskulös und schüchtern. Fantastische Eigenschaften. Kein Wunder, dass die so viele Verehrer hat. Wer bist du? Äh, England. Oh, wir können mit ihm... Okay, wir verheiraten mal unsere Tochter mit ihm hier. Für den entgangenen Schaden von vorhin, als ich ihm die Ländereien entzogen habe. Klasse Pfeil. Trink sie unter die Haube. Die nimmt sonst eh keiner mehr. Ach, ihr seid ja gemein, Mensch. Die hat halt vielleicht andere Vorzüge. Wer weiß das schon? Dann unsere Enkelin. Ja, die Enkelin. Ja. So, ihr marschiert wieder hier runter. Auf geht's. Wo ist meine Mystikerin? Ziemlich gemein, oder? Nah, du. Für dich auch. Richtig ist nur, dass ich den Erfolg vor dir bekomme mit England. Ich dachte, du hast den schon. Ich dachte, du bist schon englisch. Kultur. Bist du noch nicht katholisch? Das ging nämlich bei uns ruckzuck irgendwie. Wir waren schon irgendwie 200 Jahre katholisch. Ah, du bist doch kein englischer König. Muss ich den englischen Titel auch haben? Den habe ich nämlich nicht. Ich habe aktuell nur das Reich von Skandinavien, Reich von Britannien. Wir haben Königreich Schweden, Königreich Aquitanien, Königreich Italien, Königreich Lapland. Und dann kommen die Herzogtümer. Aber muss ich den englischen Titel haben? Das wäre blöd. Da habe ich aber nichts gelesen, dass wir englische... Wir müssen einfach nur über England herrschen, habe ich das Gefühl. Also, was haben wir denn hier? Anprangern? Ne. Sind Geld, Ambition. Garant der Reichsentwicklung wird aktuell nichts werden. Ich bin ohne Dutchie Königreich englisch geworden. Okay. Ich meine für das Achievement, dass du das Königreich England haben musst. Normalerweise reicht es, wenn du einfach nur hier Großbritannien hast. Soweit ich weiß. Irgendwie meldet sich meine Mystikerin nicht mehr. Die ist wahrscheinlich verstorben. Die Dun. Wir haben viel zu viel Geld. Ist unser königlicher Palast jetzt schon... 95% Phase 1. Meine Güte. Das wird ein Lebensprojekt. Ich werde mal ein bisschen Geld noch investieren. Damit das nicht auf dem Bankkonto einfach nur rumliegt. Hier oben auch noch alles aufbauen. Wir haben jetzt noch einen Waffenstillstand bis 11.11. Dann machen wir jetzt mal eben 5 Jahre Frieden. Dann holen wir uns die Ambition auch noch. Ein Hindernis auf eurem Weg. Seitdem Idun verkündete, dass die Suche bald stattfinden sollte, wart ihr mit Vorbereitungen beschäftigt. Die Krieger sind gut ausgerüstet. Vorräte zusammengestellt. Besten Pferde beschafft. Idun hat Gefährten immer tiefer in die Wildnis geführt. Der Pfad wird immer steiler. Nach ein paar Stunden befindet ihr euch auf einem schmalen Bergweg. Hier passiert eine scharfe Kurve. Erblickt ein Hindernis über euch. Felsen aus einer Gerölllawine haben den Weg verschüttet. Idun beharrt darauf, dass dieser Pfad der einzige Weg zu eurem Ziel sei. Immer das Gefährlichere. Ja. Mit der Wahrscheinlichkeit natürlich, dass wir auch sterben. Wir sollten die Felsen vorsichtig beseitigen. Einen nach dem anderen. Beeindruck schiebt den Größenfels zur Seite. Gefährlichere. Im Schweiße eures Angesichts. Hat geklappt, oder? Wir halten muskulös. Sehr gut. Ganz gut. So, wir machen mal eine ganz kurze Pause. 2-3 Minuten Pickelpause. Ich bin gleich wieder da. Ganz aufgeregt. Vitraaus 2-3 Minutenlik ReISE Vielen Dank.